ach komm über flammen und nee was soll das herzlich willkommen zurück ihr freunde danach zu einer weiteren folge code vein wir haben letztes mal den goldenen ritter besiegt und den blutkot für den dunklen dritter erhalten und machen uns jetzt auf die weitere reise in die tiefen ist das alles hier anscheinend ich habe mir den blutkot jetzt angeguckt der dunkle ritter ist er für helle bade aber er hat eine interessante sache dabei zwar dass den waffen buff mit der blutfähigkeit auf den waffen muss ich mir was angucken ob ich mit dem dann spiel was jetzt besser ist feuer elektro oder wenn man blut noch dazu nimmt ich habe ja eh nur 10 ich war alter es ist auf jeden fall ein neuer npc auf der map erschienen den werde ich jetzt gleich besuchen gehen ach den kennen wir ja schon das ist Sie müssen sehen, was in diesen Dokumenten ist. Sie sind bereit, sie zu retten? Hier. Das ist eine Karte, die zu den Tiefen, die er wandert. Ich信iere es dir. Sonst würde es da weitergehen? Ne. Das ist hier nur der Bluter. Wo habe ich jetzt hier was übersehen? Da vorne ist eine Tür. Ist die jetzt offen? Wer weiß, was er macht. Hallo, hallo. Aha, mit der Erkennungsmarke kann man nicht helfen. Haben wir etwas, das wir nutzen können? Das ergibt natürlich Sinn. Hier sieht es wieder aus wie in der Stadt ganz am Anfang. Das ist vielleicht ein Shortcut. Hier ist wieder so ein Ladetunnel hier. Wie viele kann ich schaffen, bevor er es geladen hat? Halt an. Ich bin auf meinem Weg. Ja, komm her. Nach dem Ladetunnel solltet ihr eigentlich eine Mistel kommen, oder? Das wäre doch sinnvoll. Ah. Aha. Wir sind anscheinend immer noch im Ladetunnel. Und immer noch. Ja, alter, wie lang ist denn der? Gibt es ja nicht. Da runter, wieder rauf. Zack. Hätte er auch einfach einen geraden Weg machen können. Ach, da ist die Mistel. Wie ich mir dachte. Aha. Statt des Flammenregens. Hier ist irgendwas auch schief gelaufen, oder? Oder 86. Machen schon. Ja. Gut. Das, ähm... Ich wollte das testen. Also, Feuer böse. Lava. Ist wahrscheinlich genauso schlimmer. Hier darf man nur nicht lang sein, okay. Naja, das zieht über Zeit... Das zieht Leben über Zeit ab. Schrittschub. Ist wahrscheinlich dann zum Sprinten, oder? Ach. Die Leiter ist ja nach oben. Hei, hei, hei. Heiß, heiß, heiß. Ach. Die Leiter ist ja nach oben. Hei, hei, hei. Das Gebiet gefällt mir nicht. Ach, Abkürzung. So. Bringt's mir was, wenn ich da runterhüpfe. Schauen wir mal. Lag da was? Ach ja. Sketch. Ich weiß, wir gehen grad bisschen zurück, aber... Komm. Ich will da auch bisschen Zeug mitnehmen, was da so liegt. Ist wieder nur Stahl. Ja, guck mal. Tut's da nicht zu lang steht. Ach du! Boah! Nee. So. Ja, genau. Feuer ist heiß. Ich hab's schon verstanden. Da vorbei. Da durch. Nein. Oh, hier? Geht das aus? Nee, es geht nicht aus. Mal runterjumpen. Hier war ich schon. Und hier gibt's nix. Toll. Aha. Auch da unten sind noch Gegner, da war ich noch nicht. Ach. Also hier wär Mia jetzt wieder angenehm mit ihrer Waffe. Ja, kämpfen wir ja nicht. Hier. Jetzt gleich zwei von denen. Wir können hier nicht stoppen, nachdem wir diese Waffe kommen. Ich empfehle dich. Alter, war das Ping-Pong hier. Es geht, oder? Boah. Was tödlich, oder was? Nee. Ja. 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 Ich versteh schon. Es ist heiß. Warum leuchtet der blau? Ja. Ja. Ach ja, wir haben ja auch ne neue, äh, Blut. Kutte, wie sagt man da? Geistertuch. Reißzahn der Nacht. Königsschlöchter. Nee. Haben wir nichts Neues bekommen? Bastion des Igels. Nachtdorn. Ja, anscheinend nicht. Nein. Ja, perfekt. Ja, nicht perfekt. Nein. 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 War ich nicht darauf geachtet, dass ich nicht mehr so viel Leben hab. Jo. Jo. Ja, da sprinten wir jetzt. Ja, da sprinten wir jetzt ins Feuer. Da sprinten wir jetzt einfach hin. Killen den. Und fertig. Wie war das? Hier lang. Hier lang. Hier hoch. Jakomo tue ich nicht mit dem Aufhalten. Da ist einer nicht würdig. Hier geben wir die Loot. Hier hoch. Da rüber. Da runter. Autsch. Immer falsch gelaufen. Ja. Jako macht wieder einen auf Beyblade. Hallo, hallo. Wo? Was? Ach. Echt schwer hinzuschätzen. Die Range von den Dinger. Ich bin froh, wenn ich aus dem Feuer raus bin. Ein Ding. Ein Ding. Sehr schlimm als, äh... Schlimmer als der Giftsumpf. So Jetzt sind wir wieder da Komm raus Ach der hat so eine Deastle auf dem Rücken Das ist ja nett vom Spiel Komm ein Schlag noch Huch Ja 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 Jetzt kommt da eh gleich ein Shortcut jetzt Wahrscheinlich Nicht Echt nicht Du hast einfach keine Range die Waffe Hallo Lauf doch nichts Feuer Ja Alter Jetzt haben wir ein Blast Feuer Whatever Hach Huch Hey Was Was So ein Gebiet Ich nehme alles zurück mit dem Budget dass sie zu wenig Geld hatten Na Vom Schluss Ich nehme mich alles zurück Und Unten war ich schon Oder Ne Hier unten war ich nicht Und Da ist was Dein Ernst Schau Da muss auch jetzt mal eine Distel kommen Eine Mistel kommen Gibt es ja nicht Gibt es ja nicht Sonst sind die fast nebeneinander Was ist da versteckt Wer hat sich da versteckt Ne ich muss jetzt bisschen aufpassen ich muss Das ist die nächste Mistel freischaden Oh nein Shortcut hier ja Shortcut Guck mal gehe ich mich jetzt aufladen Was du nicht sagst Ja Ja ist schwer die Flammen Äh Zu erkennen die dich angreifen Wenn Überall Flammen sind ja Geschenke Geschenke Gut Jetzt die Frage wie komme ich da wieder hoch Ah ne du nicht Wie kommt man da hoch Wie kommt man da hoch Wie kommt man da hoch Verwirrt Der lebt noch Der Männchen schlag weiter in die Wand Genau Obwohl der Fokus auf dem Gegner war Heey Hey Hey Ahja hier Hi jetzt die zweite Leiter jetzt Gut War ich da unten schon? Ich denke nicht Regeneration Ich glaube ich anscheinend einfach übersehen Hier war ich nämlich schon mal Jetzt habe ich übersehen Da bin ich vorbeigelaufen Bei dem war ich auch schon Das war jetzt blöd von mir Das ist richtig blöd Ah das ist sehr hart Das gibt es ja nicht Das ist der Damage drückt Ach komm Überflammen und Nee Was soll das? Ah mein neues Hassgebiet Und ich dachte ich hasse den Sumpf Aber das ist ja hier wieder übel blöd Hä? Oh Wow, wow. Ja, da vorne liegt mein Zeug. Was es ehrlich gesagt gar nicht wert ist, da runter zu gehen. Ach, da mit den Kamehameha immer. Die Flamme überall. Hä? Ach nee, ach nee, ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Muss ich jetzt gegen den Kämpfen? Oder geht es hier auch weiter? Es. Da säga 5-3-4-3-4-4. Jetzt gibt es aber auch richtig viele Überreste hier Das führt dann einfach kein Weg vorbei, ich muss den töten da Welche Fernkampffähigkeiten Was macht der jetzt? Jetzt ist er jetzt zur Leiter gelaufen Der weiß was, was ich nicht weiß Nämlich, dass man da Drüben Da drüben kommt man runter Zu dem netten Herrn Hm Das ist aber nicht die Lösung Da drüben ist eine Leiter Wie komme ich zu der Leiter? Dann geht es so und dann geht es so nach hinten Das sieht doch vielversprechend aus Ich glaube der hält die Flammen oben Können wir euch natürlich auch täuschen Alter, was? Natürlich habe ich mich getäuscht Ja, angenehm Angenehm Schön warm hier Schön durchgebrutzelt Wow Ja, chemisches Licht Wow, genau Oh ja Oh ja Was das Was das Alles Du hast das? Die Welt wird in der Zukunft gespürt. Selbst jetzt, die Menschheit wird in ein neues Weltkrieg von möglichen. Relic Transferung ist ein Thema, der in Pisu hat angefangen. Die Kompatibilität bleibt. Splitt! Ich kann sehen, warum sie volunteeriert. Blossom in eine wunderschöne flower. Die Krippe ist complete. Niemand braucht die Flüge, die ich nicht mehr will. Ich? Komm schon. Wir haben alle Zeit in der Welt. Die Flüge... ... war sie. Die Flüge! Die Flüge! Die Flüge! Wir gehen nach der Krippe. Die Flüge! Das Flüge! Ist das dein Weg für Hilfe? Hold auf! Was eine Gefühltige Sicht! Ich? 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 Alter, wie wenig ihm das abgezogen hat. Alter. Ja, die Flammen schon wieder. Den scheiß Ernst. Ne, echt jetzt. Mir reicht's. Mach jetzt Pause. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Auch für die Folge. Amen.